Dieser Versuch wäre die Silbermedaille im Drücken. 2 zu 1 ungültig. Beidarmig reißen, Kurt Bittner, erster Versuch 100 Kilogramm. Zweiter Versuch 105 Kilogramm. Bittner hatte mit 130 Kilogramm begonnen. Hier der zweite Versuch mit 135 Kilogramm. Bittner verzichtete auf die Wiederholung mit 135 Kilogramm und nimmt im dritten Versuch 137,5 Kilogramm. Mit 357,5 Kilogramm belegt er den siebenten Platz in der Europameisterschaft. Beidemann. 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 Beidemann.